Yo guys, what's up, this is the Blue Gangster and I'm back with the sixth part of Lightning Returns, what up? Bergen und dem Schloss und bla, und ohne den Angel of Valhalla hätte ich gar nicht die Permission, darüber zu gehen, Whitey halt, annehmen. So, und da sind jetzt irgendwelche Aliens oder weiß ich was, irgendwelche komische Sachen, die ich einsammeln soll, damit er für seinen Recorder die Aufnahmen kriegt. Hoffentlich lande ich genau da drauf. Nein, nein, ahhh. Ja, okay, die sind weg. Schiss nicht. Die zwei Dinger muss ich mir lassen für den Teleport nach Luxarian. Leider. Probieren wir es gleich nochmal. Na komm. Flieg doch. What the hell? Hab ich Eis? Hab ich Eis? Hab ich Eis? Eis. Gegen den hilft nur Eis. So. Damn. Und schon wieder hoch. Mann. Ich wollte es eigentlich direkt hinkriegen. Scheiße gelaufen. So, komm. Sehr schön. So. Nummer eins. Eins von vier. Der nächste, das nächste Ding ist, ähm, da hinten. Ja, da kommen wir nicht mehr hoch. Aber dann gehen wir halt so rum. Nein, jetzt hab ich keine Zeit. Sorry. So. Es muss irgendwo da hinten sein. Da oben. Nein, das ist der Weg. Das ist... Sagt mir, da geht's weiter. Da geht's weiter. Okay, das ist es nicht. Es war aber irgendwo hier in den Ecken versteckt, sag ich jetzt mal. Nee, hier geht's wieder raus. Wo war das jetzt nochmal? Ähm. Da hinten. Falsche Richtung. Damn. Also wir sind geradeaus durch. Die machen wir jetzt noch schnell kaputt. Hä? Hä? Ich hab doch gerade... Ach, egal. Das zählt leider nicht dazu. Gechillte Musik und so. Das war irgendwie klar. Nein, jetzt nicht. Oh Gott. Ich muss ja jetzt irgendwie wieder hoch. Zeitverschwendung sein. Vor... Weg da. Ah, wir sind im Chaos Damage. Stell raus, ihr Gott. Ja, das ist schon das Raumschiff hier in der Nähe. Aber da wollen wir nicht... Obwohl, hier in der Nähe gibt's ja auch... Hier müsste auch eins sein. So, zack. Ja, genau. So, hier müsste es sein. Irgendwo hier. Hier müssten mehrere Sachen sein. Lass uns mal da hochgehen. Ja, gegen die Wand... Da oben ist eins. Ich wusste es doch. So. Nummer zwei. Da hinten seht ihr das? Dieses Blaue, das ist Nummer drei. Nein, obwohl kaum. Dann krieg ich mehr EP. So. Okay. Keine Lust jetzt. Hab schon gekämpft. Ähm. Hier rüber. So. Ist hier nicht noch eine Yule Flower oder sowas? Nein, ich glaube nicht. Nein. Dein Ernst? Ernsthaft? Really? Na komm. Weg. Na. Wo ist jetzt mein Eis? Okay, das klingt grad komisch. Eis da. Feuer. Ähm. Oh. Okay, dann nicht. Shit mal ganz kurz. What the fuck? So. Alright. So, jetzt noch mal. Hier lang. Richtig. Mann, das hat mich jetzt voll aus dem Konzept geworfen. Kommen wir von hier überhaupt da drauf? Ne. Es scheint nicht so. Müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Mann. Gar keinen Bock, so viel Zeit zu verschwenden für sowas. Ist doch nervig. Jetzt mal ernsthaft. Da kommen wir auch nicht hoch. Näh. Weg. Haha. Kommen wir hier hoch. Wo zur Hölle? Müssen wir jetzt ganz nach hinten, oder was? Ist doch total bescheuert. Ich guck jetzt einfach auf der... Ja, gut. Mann, ey. Weg da. So. Jetzt hier hin. Also, YD, wenn du jetzt runterfällst, dann weiß ich auch nicht. Gut. Wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Jetzt bloß nicht runterfallen. Da ist auch noch was. So. Drei. Dann hier hin. Da hinten ist auch noch was, aber das holen wir gleich. Zuerst holen wir hier das da, dann haben wir die vier komplett. Sehr gut. Ja. So. Ja, hier gibt es auch noch eine, wusste ich es doch. Hä? Ah, jetzt ist er erst komplett geil. Hä? Was können die Menschen tun, wenn sie genug interessieren und zusammenarbeiten? Ja, wenn du so sagst. Aber es gibt noch jemanden. Wer war die junge Frau? Ich weiß nicht, aber ich werde folgen, wenn ich das mache. Ja, wir müssen da lang. Okay, dann sind wir hier so schon mal richtig. Ich hatte das gar nicht mehr in Kopf, dass die Musik kommt, wenn er komplett fit ist. Hab's total verpeilt. Ja. Chaos Zone. Damage schnell weg. Gut. Ah. Bull Crap. Weg. Weg. Obwohl, komm. Wir brauchen die UP. Die sind leicht. Alright. What the fuck is he doing? So. Jetzt wieder zurück zu dir. Und jetzt können wir Lava, Lava. Ich denke, ich habe genug. Wird das tun? Exzellente Arbeit. Ich werde diese Informationen auf einmal analysieren. Lass uns das hier sehen. Das ist eher unerwartet. Ich habe versucht, zu entdecken, was sich Teil eines Audiofiles zu sein. Lass uns das hören. Im Lava. Bist du das ohne zu tun hast. Stimmung. Die Leute, die Leute. Ja. Im Lava. Das war gerade ein bisschen verstörend. Ja, wie auch immer. Wir haben die Vision geschafft. Fertig. So, das nächste. Ne, das machen wir erst dann, wenn wir da hinkommen. Das mit dem Fels, Maulwurf und dem ganzen Zeugs. Wir teleportieren uns jetzt zum Bahnhof. Wieder falsche Taste, was geht. Nein, wir gehen jetzt direkt hier hin. Dann können wir nämlich den Krimpilz da holen. Ich weiß, wir müssen eigentlich zu Dr. Gazaar, um denen zu sagen, Whitey ist wieder komplett fit. Das Lustige ist, Whitey hat gerade geschrieben. Ja, das müsst ihr nicht verstehen. So. So. Wie kommen wir? Wir müssen da hin. Und das heißt... Ja, von hier geht's auch. Von hier geht's auch. Ich muss halt um 0 Uhr in Luxurien sein. Das schaffen wir schon. Ich krieg grad fett Nachrichten, was geht, ja. Ähm. So. Sorry. Okay, hier geradeaus durch. Geradeaus durch. Geradeaus durch. Nicht die Orientierung verlieren. Nicht die Orientierung. Ich bin normalerweise der Typ, wenn man mich in einem Unknown, in einen unbekannten Wald schickt, ja. Von dem ich gar kein Plan habe und mir nur zwei Sachen zeige, die auch kilometerweit entfernt sind. Und ich kann mir das trotzdem merken. Ich weiß trotzdem, wohin und alles. Aber bei der Größe vollem Wald und alles, ich wüsste nicht, ob ich da zurechtkomme. So. Jetzt hier hin. Jetzt holen wir uns den Krim. Na komm, die machen wir schon. Mit sei Kralle da. Ja, die erklären uns das mit dieser Zeitdings, aber wir haben es ja jetzt geschafft. Immer diese Viecher da. Okay. Alright. Let's get into it. So krass es jetzt auch klingt. So, und den Krimpilz, den findet ihr hier. Wartet, wartet. Krass, dass ich mich wieder daran erinnert habe. Nein, das ist der Nachtpilz. Der Krimpilz ist der rote und der ist hier. Haha. Und jetzt kommt was Lustiges auf euch zu. Achtung. Achtung. Herr Krimpilz! Kupo? Are you busy? Very busy, Kupo. Kupo, Kupo? Kupo, Kupo. Kupo, Kupo, Kupo. Kupo, 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 Kupo. Kupo, 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 Kupo. Kupo, 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 Kupo. Kupo, 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 Kupo Und ich dachte es geht Ah ja, 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 ja Ähm, jetzt So Mog, es ist du, ist es? Wer ist Mog, Kubo? What are you playing, Ed? Is it that terrible having to see me again? No, Kubo, I swear! Then turn around Mog Mog does not deserve to look like me in the eye, Kubo Oh Because Mog couldn't protect Sarah, Kubo And so Mog Kubo? I'm glad you're alright I was worried about you I know what you're feeling You've shed a lot of tears for Sarah Haven't you? Kubo But blaming yourself for what happened is just gonna make her sad You know that Sarah's gone, Kubo Gone forever Her soul is still out there And I promise you, I'm going to bring her back R-really, Kubo? Really So listen I need a very important favor from you There's a chance That I won't be around to meet her when she returns I'm gonna try not to let that happen But if it does I want you to be there instead She'll need someone she knows and loves waiting for her Oh, lightning! Kubo! 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 What's that for, Kubo? That's more like the old mogs Don't give up Things are going to get better Und ich dachte schon, hä, was ist los? Ah, ihr habt's gesehen Richtig krank So Mogri-Staub, sehr schön Ähm Was machen wir als nächstes? Hier gibt's eigentlich noch Ja Ja Ja, lass mich doch So Jetzt springen wir hier hoch Und dann gibt's da hinten irgendwo Da, genau Ernsthaft? Really? Like, really real? So, geht doch So Das nächste, was wir jetzt machen Achso, ähm Ich muss noch eine andere Mission starten Bevor ich hier rausgehe Ich hab's fast vergessen Ähm Die ist eigentlich Hier ist sie, genau Hm Very strange, Kubo Where have they gone? What's the matter? Three of my brothers are missing, Kubo I fear they've gone astray in the woods When did they disappear? Ten days ago, Kubo Can you help? Will you find our lost friends, Kubo? Ten days? Shouldn't you have started searching for them already? Where did they go missing? I don't know, Kubo But they are not brave I don't think they would venture out of the forest, Kubo Well, I suppose that narrows it down But how can a Moogle get lost in the first place? You can all fly, right? Just take to the air And you can find the trail from above You're exactly right That's a great idea, Kubo Why didn't any of us think of that before? We always flutter close to the ground, Kubo To soar in the sky I-I scares the match in it Really? Seems like common sense to me You can fly that high, right? Of course, Kubo It's just scary to go too high Ah, never mind Anyway, I'll look for your friends You will? Oh, thank you, Kubo You should search at night, Kubo In the day they will be hidden away, Kubo Alright, got it Find them before sunrise Alright, then Jetzt können wir uns auch leisten Die Zeit zu verzögern, denke ich Das machen wir dann jetzt Schnell Denn so viel Ah, falsche Richtung Zeit nach Luxarian Haben wir jetzt nicht mehr Obwohl es noch Kleinigkeiten hier zu erledigen gibt Bevor ich Gehen will So Nummer 1 Hm Nummer 1 ist hier irgendwo Ich hab keine Zeit, sorry Nee, ihr werdet nicht vermisst Du wirst auch nicht vermisst Äh, auf euch hab ich keine Lust So Irgendwo Hier Alter, wie weit ist denn der weg? Weg da Äh Da So 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 You're one of the last Moogles, aren't you? It's true I want to go home But I don't know the way, Kubo If you flew up above the treetops You'd be able to find your village easily enough Above The treetops, Kubo He What a splendiver His plan, Kubo Except I'm afraid of heights, Kubo ich finde es so genial einfach mal wecker und was denkst so wo ist sehr schön lightning hat es drauf so schnell wieder zeit anhalten wo nummer drei ist weiß ich nummer zwei wird ein bisschen schwierig weil da habe ich nicht mehr so ganz ich glaube hier irgendwo ah nein da hinten aber das passt da müssen wir eh hin aber sicher ist sicher wir gucken noch mal da egal das mache ich jetzt schnell ich wollte halt nicht so viel zeit verschwenden weil wir sind schon wieder mitten in dem part die gehen mir irgendwie zu schnell aus aber wenn die über 40 minuten dann sind sie für die zuschauer so lang weil ihr seid nicht so krass in der action drin wie ich ihr guckt mir nur einfach zu wie ich rumlaufe und sonst was macht und denkt euch so was macht denn der typ hier jetzt eigentlich so der müsste hier irgendwo sein oder bin ich falsch hier nicht so weit oben sondern es war drüben ist wir müssen noch eins weiter das machen wir jetzt auch der muss da sein geh mal weg man so hier da diese orange oder goldene oder weiß ich was punkt so muss ich die jetzt ernsthaft zuerst wie auch immer und gleich mal kurz ein bisschen mal kurz oder ich möchte mal kurz oh ich möchte mal kurz schnell machen weg nein weg obwohl es eigentlich so jetzt du jetzt so einmal darauf einmal falsche taste wieder einmal das hier wieder und einmal hier hoch sind wir richtig ja wir sind richtig gut können wir gleich den den dings pilz abgeben den diesel roten da ich habe schon wieder krimpilz genau ich wollte gerade sagen ich habe schon wieder vergessen wie der heißt aber passt na komm so jetzt hoffentlich habe ich alles andere das wollte ich doch gar nicht so zutaten überreichen genau ja get off gut gut All right. So. Aller, was geht? So. Was ist jetzt neben Mission? Äh. Nein. 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 Whatever. So, jetzt lasst uns schnell zum Mockri-da-da-da. Hm. Ja. Schon. Ich werde dich nach Hause holen. Fast, als du denkst. So, genial. So. Ähm, Whitey. Alright. Dann lasst uns zurück zum Mogredorf. Ich wollte danach noch irgendwas machen, aber das habe ich mittlerweile schon wieder vergessen. Zu Dr. Gisar? Nein. Zu denen da nach unten? Nein. Lass mich mal kurz gucken. Da will ich jetzt noch nicht hin, da brauche ich jetzt noch nicht hin. Bahnhof, da müssen wir, aber das machen wir erst viel, viel später. Wir müssen jetzt erstmal hier runter und dann können wir eigentlich schon wieder nach Luxury. Ich bin krank. So, nochmal schnell das hier. Gott, wie schnell die Zeit vergeht. Fuck. Weg da. Pfui. Ja, ja, whatever. Das kriegst du auch alleine hin, die sind zu billig. Moxby. Moxby. Wo ist der jetzt? Da. Mogel. Oder so. Wo ist das? Hm. 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 Ja, genau Ja, genau Genau Sehr schön Ich muss jetzt noch mal gucken, bevor ich vergesse, was hier abgeht Aber ansonsten hätten wir hier eigentlich schon alles erledigt Ähm Missionaufträge Magische Wunschtafel So, Notfallpatient 1, 1, 1 Können wir abgeben? Können wir noch nicht abgeben, weil uns der Felsmolwurf fehlt Ähm, Bahnhof wieder Mondseelenblume Habe ich von denen nicht genug? Assistentin 13 Tiertrank Ja, und wo gammelt die jetzt? Bei Dr. Gessar Und für den Oh, noch ein Felsmolwurf Soll wir die jetzt schnell holen? Ne, das machen wir wann anders Wir teleportieren uns jetzt Zum Bahnhof Da geben wir erstmal das Ding ab Dann sagen wir das wegen dem Hund Dann Ähm Sammeln wir eine Mond Shit Ne, nicht Mondshit, aber Ihr wisst, was ich meine Dahin Damn, ich hab nicht hingeguckt Verdammt Chilt All right So Erstmal hier Jetzt hab ich nix mehr zum Teleportieren, verdammt Ah, das haben wir auch schon gefunden Gut Erledigt Mockerichstaub Ähm Abschließen Ein Wundermahlzeit Ähm Tiertrank Gesalen Okay, von mir aus Ja, deswegen hatten wir mehr von dem Baumschauer, von dem haben wir auch genug Krass Jetzt fehlt uns nur noch, der ist mit dem Felsmaulwurf Und dann haben wir die Standardmission von hier fast schon erledigt Da fehlen noch welche, weil wir ja noch nicht im Schloss waren Und noch nicht im Chaosgebiet und alles Da kommen noch ein paar mehr für die Wunschtafel So ist es nicht Und die mit ihren Hund ist jetzt weg Weil wir zu spät dran sind Krank Richtig krank Ein Behemoth, den machen wir kaputt Dann können wir Ähm Wieder teleportieren und so Ich hoffe so Vier krank Das heißt, zwei Behemoths und fertig Übertreib halt So gibt's hier noch irgendwo, ja Sammeln gleich mehr von denen Da hinten noch Hey, war doch grad Ne, ich hab nur blöd geguckt Gut Okay Jetzt zu dieser Assistentin, falls sie hier ist Ähm Sie scheint nicht da zu sein Gut Aber dafür können wir jetzt das Gewachsene hier abziehen Damit könnt ihr euer Chocobo auch füttern Falls es noch nicht gesund genug ist So, und dann kann ich hier gleich wieder Gemüsesamen reinhauen Von dem braucht ihr mehr als genug Glaubt mir das Oder vielleicht ist sie doch wieder da oben Sollen wir uns jetzt dahin teleportieren? Lass mich mal kurz überlegen Scheiße, aber so viel Zeit haben wir gar nicht mehr Ja, wir teleportieren uns jetzt kurz da hoch Gucken, ob man die Mission erledigen kann Und dann schnell Nach Luxarian Eye So Und das nächste Mal, wenn wir hierher kommen Und wir uns die ganzen Felsmollwürfe erledigen Also damit Die ganzen Nebenmissionen Gehen zu diesem riesen Chaosgebiet Gehen zum Schloss Und besuchen da noch jemanden Ah, jetzt können wir mit dem labern Aber erstmal hier Nein, wo ist denn Assistent Dings Die ist nicht hier Die ist nicht da Die ist nicht da Aber wenigstens kann ich zu dem hier Das ist ja auch wichtig Gut Sehr schön Alright In sechs Stunden ist es soweit Ähm Können wir hier noch was machen? Wo ist denn diese Assistent Wenn denn von der Ah, wartet Wartet Ich hab was ganz vergessen Hier hinten Nämlich Nee, das war nicht Aber es war Genau So Eisrad 2 krank So Jetzt Ähm Nein, falsch Fast wieder was falsches gemacht Ähm Ich glaub Es war der Nordbahnhof Genau Alright Okay Okay Ja, wenn ich da reinkomme. Der Code, der ist da unten. Ja, genau. Da müssen wir jetzt auch hin. Und leider ist in den anderen Dingern hier, ähm, Whitey nicht dabei. Belagert. Fällkneu, davon fehlen uns noch 20 von den 20. Das passt. Zum Glück habe ich mir einen Marker da hingesetzt. Das kriegen wir bis 12 Uhr hin. Aber der Part ist gleich vorbei. Ich laufe wenigstens noch bis, das, das gebe ich euch noch. Dass ich bis danach ganz vorne laufe. Hier gibt es ja auch noch eine Menge Nebenmissionen, von denen ich den ersten, official Part, ich sage jetzt Part 0, gehört nicht dazu, weil es nur eine Reduction ist. Das ist jetzt ab jetzt so. Und zwar, im ersten Part habe ich ja euch schon so ungefähr erzählt, was hier alles auf uns zukommen kann. Das müssen wir auch im Laufe der Zeit mal erledigen. Wobei wir die letzte Map jetzt bis jetzt immer noch nicht erkundigt haben, die es hier noch gibt. So. Alles klar, hier sind wir. So, dann würde ich sagen, das war's für den Part. Danke fürs Zuschauen, hope you liked it, and we see us, let's say it like that. I'll be back again when this clock tells me that it's 12 o'clock and we can enter that shit, aight? All right.